Geht das Teil einfach nach vorne. Das zieht einfach ab. Das ist der Wahnsinn. Hey und Servus zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich habe heute die Möglichkeit, das brandneue Flyon zu testen von HiBike. Mega, mega cool hier während des Bike Festivals in Riva am Gardasee. Ja, habe ich mich eine Stunde rausgenommen, habe das Teil jetzt mal eine Stunde berghoch gefahren, bergab gefahren, zwei, drei Trails mitgenommen. Ein bisschen steilen Appel, konnte ich leicht testen. Ich muss sagen, geil, macht eine ganze Menge Laune, cooles Fahrrad, checkt das Video. Wenn ihr Bock habt, schreibt am Ende vielleicht nochmal einen Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Haut rein, viel Spaß mit dem Video. Servus. So und willkommen hier vom Gardasee. Hier ist im Moment Bike Festival. Ich habe die Möglichkeit, hier das Flyon mal zu testen. Ich mache es auch direkt mal hier in dem besten Modus, hier auf dem leichten Schotter. Extreme Modus. Das Teil schiebt natürlich wahnsinnig an. Macht hier so Schotter, mega viel Spaß. Ziemlich wenig, dass ich hier nicht zur Seite gewählt werde. Wetter leider heute auch ein bisschen durchwachsen. Ja, die letzten Tage war ganz cool. Heute leider nicht mehr ganz so geil. Aber passt schon. Das Rad, wie gesagt, das Highbike Flyon ist das Allmountain. X-Duro in der 8.0 Version. Also auch sehr, sehr gut ausgestattetes Rad. Fahrwerk kommt komplett von Fox. Und wie man es von Fox gewählt ist, funktioniert es natürlich sehr gut. Ja, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mal ein bisschen steilen Abhüll zu fahren gleich. Ist leider nicht so mega verblockt. Ist so eine ganz, ganz alte Schotterstraße. Bisschen hügelig, aber ja, wie gesagt, sehr steil. Merkt man definitiv oder hat direkt einen Vergleich mit Yamaha, Bosch oder sonstigen. Hier schalte ich jetzt mal wieder runter. Mit reiche ich hier vollkommen aus. Das Display hier, um kurz zu zeigen, sitzt sehr zentral. Ziemlich cool positioniert. Hat eine Menge Funktionen auf das alles einzugehen. Ich schalte mal kurz durch. Ja, das würde zu lange dauern. Konzentrieren uns jetzt nur aufs Fahren. So, wir können hier nochmal durch den Schotter fahren. Da macht der Motor halt echt eine ganze Menge Laune. Lässt sich hier echt super spielen. Hinten ein bisschen ausbrechen. Leichte Schlangen, die wir fahren. Ja, richtig, richtig geil. So, wenn wir ganz gutes Wetter hätten, wäre das ja hier traumhaft. Aber man muss das Beste draus machen. Wie ihr seht, da oben liegt sogar noch Schnee. Den Gipfeln ganz hoch können wir jetzt leider doch nicht fahren. Wir haben nur circa eine Stunde Zeit mit dem Highbike Flyon. Und wir werden es nutzen. Von daher, wir sehen uns am Einstieg. Vom uphill wieder. Cool, dass ihr mit am Start seid. Bis gleich. So, jetzt haben wir hier ein paar andere Leute noch auf ihrer Testrunde gefunden. Unter anderem die Highbike Induro Crew. Ja, hier ist das steile Abhilfstück. Hat viel geregnet, von daher relativ slippy. Alles. Wir würden schon sehen, mega steil. In Extreme. Geht das Teil einfach nach vorne. Es zieht einfach ab. Ist der Wahnsinn. Was für eine Power in dem Teil steckt. Wir sind hier am Fotografieren. Wie viel Prozent Steigung, Michel? Was meinst du? Was? Da kommen wir gerade noch mit dem Spielen. Was ist das Prozent Steigung? Was? Also echt. Hammergerät. Der Abhilf hier ist spielerisch. Puls trotzdem hoch. Allerdings gehen hier auf dieser Holperpiste. Annähernd 20 kmh in der Steigung. Wahnsinn. Echt der Hammer. Was das Radarleistung bietet. Ist echt der Wahnsinn. Das sind die im Abhilf auf jeden Fall den Schrecken. Sehr geil. Abhilf war mega. Wir sehen uns gleich wieder vom Downhill. Cool dass ihr dabei wart. Bisher ich muss sagen. Berg hoch die Performance ist unvergleichlich. Gibt eigentlich nichts anderes. Was so viel Bums hat. Macht echt eine Menge Laune. Sehr geil. Bis gleich. Servus. So was mir auch super gut gefällt. Das ist der Übergang. Das muss der Übergang ab 25. Ja man merkt eigentlich überhaupt gar nicht wenn man über den Punkt tritt. Ist einfach ja super Übergang. Fühlt sich absolut natürlich harmonisch an. Die Software ist auch komplett von Highbike entwickelt, angepasst, optimiert, getestet. Somit ist es ein absolutes rundum sorglos Paket. Hat in jeder Lage mehr als genug Power. Kann auch immer nochmal in den Extreme Mode. Wenn man nochmal wirklich die letzten Meter am Berg richtig richtig Dampf braucht. Da ist auf jeden Fall mehr als genug vorhanden. Ansonsten da fällt sich das Fahrrad echt super. Ja natürlich fühlt sich gut an. Macht eine ganze Menge Spaß. Hier jetzt Berg hoch. Es wird ja oft bemängelt. Ja das Rad ist so schwer. Es wiegt natürlich seine 27, 28 Kilo. Allerdings hier im Abhilfe mit dem starken Motor. Merkt man davon recht wenig bis gar nichts. Der Motor gleicht es vollkommen aus. Absolut kein Problem. Läuft richtig gut so. Der Warp Mode ist auch noch ein bisschen überarbeitet worden. Habe ich jetzt gehört. Also der ist nochmal ein bisschen stärker gemacht worden. Das heißt wenn man irgendwo am Berg das Fahrrad schieben muss. Muss man nicht so das gesamte Gewicht den Berg hoch schieben. Sondern hat immer noch die Unterstützung. Und die wurde jetzt wie gesagt noch mal optimiert. Dass sie soweit passt. Und noch mal ein bisschen mehr Power hat. Hier langsam klar zieht wieder auf. Von daher mega mega geiler Ausblick. Ein bisschen mehr Sonne wäre schon cool. Dass man den Dirtlein nicht zwingen bräuchte. Aber ja. Alles cool. Hauptsache wir können mal hier auf dem Teil sitzen und das mal ausprobieren. Ich denke da ist jeder scharf drauf. Meines Wissens nach müsste es jetzt auch auf jeden größeren Test hier wirklich vor Highbike mit dabei ist. Die flotte Highbikes geben zum Leiden zum Testen. Allerdings meistens nur in geführten Touren oder nur in geführten Touren. Was meiner Meinung nach auch wirklich super und sinnvoll ist. Man bekommt die Funktion gezeigt. Kriegt ein bisschen Infos zum Motor zum zum Bike selber. Hat jemanden der Seite der vielleicht noch ein paar coole coole Tracks weiß und kennt. Von daher finde ich das super super gut. Perfekt gemacht. So wir fahren jetzt mal zu einem Trail Stück. Leider nicht ganz so lang wie gesagt ich habe nicht so viel Zeit das Bike zu testen. Vielleicht wird es nochmal ausgehen dass ich nochmal ein paar Minuten irgendwann mehr habe. Wo ich dann auch das Display und die Funktion erklären kann. Weil es doch schon sehr umfangreich ist. Super viele Informationen. Also für Technikbegeisterte. Das absolute Maß der Dinge. Das Information zu ziemlich allem was man macht auf dem Rad. Von daher auch das richtig richtig cool. Ja. Hier ist mein Traileinstieg. Ich würde sagen. Ich putze nochmal die Kamera hier. Die sind direkt drauf. Ein schöner Ausblick genießen. Dann fahren wir das Fahrrad mal hier runter. Und gucken wir mal die Downhill Performance an. Von dem Bock. Hier ist natürlich nichts optimiert. Jetzt also. Keine Gabel. Kein Dämpfer. Das Fahrrad jetzt einfach so genommen. Und fahr das jetzt einfach mal. Aber ich gehe davon aus dass es schon passt. Noch dazu ist es leider Rahmengröße L. Also eigentlich für mich ein bisschen zu groß. Was ein Nummer kleiner wäre. Wäre glaube ich schon besser. Ja. Zum Testen. Zum ersten Schauen und Probieren. Ist das. Optimal. Natürlich ein cooler Singletrail für das E-Bike. Bisschen hoch runter die ganze Zeit. Und hier sieht man auch ein bisschen. Technisch verblockter. Und hier muss ich sagen. Wenn ich echt absolut begeistert von der Downhill Performance bin. Dann merkt man überhaupt nichts von dem Gewicht. Das Fahrrad läuft eigentlich super spurstabil über den Trail. Okay. Keine Nachteile. Mit dem Mehrgewicht hier. Ich würde sogar noch sagen dass es hier in Stellen fast noch besser überrollt als ein zu leichtes Fahrrad. Ja. Hier ist schon gut verblockt. Gutes Gelände. Um das Teil zu testen. Hier wird es ein bisschen enger. Mega, mega geil. Ja. Ich glaube das war es erstmal. Mit dem ersten Stück Downhill. Wir fahren unten nochmal 1-2 Loops. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So hier mit Venture Park drehen wir auch nochmal eine Runde. Ist nochmal ein ganz kurzes Stück uphill. Kurzes Stück Trail. Ja. Kann man einfach nochmal ausprobieren. Das Bike. Wie sich da fährt. Hier hat insgesamt wenn man vielleicht vorher schon ein E-Bike gefahren ist. Bis ein höheres Bikegewicht gewöhnt ist. Kommt es einem jetzt nicht sonderlich negativ vor. Dass das Fahrrad 27, 28 Kilogramm wiegt. Sagen es fällt mir jetzt gerade überhaupt nicht negativ auf. Und ich bin damit jetzt nicht eingefahren. Und mit gut eingestellten Federelementen wird da auch nochmal eine ganz andere Nummer draus. Wie gesagt so schon echt spaßig. Richtig richtig lustig. So wir fahren hier rein. Nimm mal ein Stück Downhill. Leider schon wieder vorbei. Aber verblockter Abhil. Ja. Kein Problem für das Bike. 29er Laufrad vorne. Überrollt halt auch sehr gut. Die ganzen Steine hier. Mega. Ja. Sehr sehr cool. Außer Atem ist man natürlich trotzdem. Aber wow Wahnsinn. Das Teil ist echt eine absolute Granate. Was ganz anderes als alles was ihr so aktuell fahren könnt. Wie gesagt sehr sehr interessante Detaillösung. Das Display hat eine Menge Funktion. Zeigt eine Menge Informationen an. Also für Technik Begeisterte ist das absolut das Fahrrad momentan. Ja. Wir fahren jetzt zurück nach Riva. Putzen das Bike. Geben das ab. Und dann sehen wir uns nochmal zum Fazit wieder. Haut rein. Bis gleich. Hey und willkommen zurück. Cool dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Ich hoffe euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr habt einen wenigen Eindruck bekommen von dem brandneuen Flyon aus dem Hause Highbike. Ich habe leider jetzt nicht so viel Zeit das Bike komplett zu testen. Euch die Funktion vom Display zu erklären und so weiter. Allerdings glaube ich für den ersten Eintrag vielleicht gereicht. Eventuell habe ich die Möglichkeit irgendwann nochmal ein längeres Video zu machen. Ein paar Sachen zu erklären. Ich muss sagen das Teil macht eine ganze Menge Laune. Super innovatives Teil. Macht echt Bock. Ich hoffe ihr jetzt alles wieder könnt. Und bis dahin haut rein. Cool dass ihr mit eurem Start wart. Bis dann. Servus. threw. Auf Wiedersehen. Oh. Auf Wiedersehen. Wenn das geht. Olha. Bietigkeit.